Ansonsten schlechte Nachrichten, everyone. Die Bundesnetzagentur hat StreamOn durchgewinkt, das Zero-Rating-Angebot von der Telekom. Sie haben es nicht komplett ohne Beanstandung durchgewinkt. Sie sagen, ein, zwei Details müssen angepasst werden, sonst Strafzahlung. Aber sie haben grundsätzlich nichts gegen dieses Prinzip von einem Zero-Rating-Angebot gesagt. Das heißt also, Daten werden ungleich behandelt. Wenn du jetzt einen StreamOn-fähigen Tarif hast, sind halt gewisse Dienste von der Datenzählung ausgenommen. Also wenn du halt jetzt Netflix guckst oder sowas, mit deinem Vertrag bei der Telekom, bei T-Mobile, dann wird dieses Volumen nicht gegen dein normales Volumen gerechnet. Und die Probleme haben wir, glaube ich, ausreichend erläutert. Da hat sich an der Problemlage nichts verändert. Und ich meine auch weiterhin, das Angebot ist illegal. Das darf man so nicht machen nach Europarecht. Aber die Bundesnetzagentur hat hier schon mal das Sagen und hat entschieden, das Einzige, was sie abändern müssen, ist, es darf keine Ungleichbehandlung von Audio und Video stattfinden. Und Audio drosseln sie ja nicht runter auf DVD-Qualität. Ich bin nicht sicher, wie das genau funktioniert. Aber Video drosseln sie ja runter auf DVD-Qualität, auf diese 1,5 Megabit oder was das ist. Und das sollen sie mal eher nicht machen, sagen sie. Und das hätte natürlich zur Folge. Und das Zweite ist, sie sollen auch nicht im Ausland, im Europa-Roaming, sollen sie auch StreamOn erlauben. Und das war ja nicht so bisher. Also bisher war das so, dass du zwar in Deutschland irgendwie Netflix ohne Berechnung gucken konntest, aber im Ausland nicht. Man kann jetzt argumentieren, damit haben sie es ja hintenrum doch verboten oder der Telekom extrem nahegelegt, das einzustellen. Weil wenn du jetzt ins Ausland gehst und den ganzen Tag Netflix guckst, wird es für die Telekom extrem teuer. Weil den Traffic ins Ausland müssen sie tatsächlich mit Geld bezahlen, während der Traffic im Inland, und lasst euch da keinen Bären aufbinden, natürlich kostenlos ist. Und insofern, ich finde, ich glaube, das ist ein sehr großes Problem, weil nämlich alle anderen werden da jetzt wundervoll nachziehen. Zum Beispiel Vodafone hat direkt den Vodafone Pass gestartet. Das ist im Grunde genau das gleiche Ding. Ein paar Details unterscheiden sich, aber im Grunde ist es genauso ein Zero-Rating-Angebot. Und das bedeutet halt, dass du dort dann so Pakete klicken kannst. Das Social-Media-Paket, das Videopaket, das Audio-Paket. Und dann sind halt da jeweils Optionen drin, dass du dir halt gewisse Dienste freischalten kannst. Und damit ist die Gleichbehandlung nicht gegeben. Und das ist ein großes Problem, weil wenn das jetzt abgesagt worden wäre von der Bundesnetzagentur, dann wären natürlich die Kunden irgendwie den Providern aufs Dach gestiegen und hätten gesagt, hör mal, wir brauchen mehr Volumen. Dann wären die Volumina gestiegen und wir hätten langsam mal irgendwie Fortschritt gehabt. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen den Tweet hier, wie sieht es denn mit den Datenvolumina in Europa aus? Natürlich ist Finnland führend mit einem Schnitt von 11 Gigabyte und Deutschland Schlusslicht mit einem im Schnitt. Okay, das ist natürlich echt wenig. Und mit diesen Zero-Rating-Angeboten geht es halt auch nicht vorwärts. Das heißt, du kannst halt nicht deinen Anschluss, deinen Festnetzanschluss irgendwann durch Mobilfunk ersetzen, weil du halt die Volumina, die du dafür brauchst, nicht kriegst. Ich dachte eigentlich, dieses Jahr wäre so ein Wendepunkt in der Geschichte in Deutschland, dass vielleicht die Provider das mal so auf ein Niveau bringen, so langsam nach oben, langsam vorwärts. Mit den Zero-Rating-Angeboten ist das halt ein Schritt rückwärts. Und die Verbraucherschützer, Verbraucherzentrale, die müssen halt jetzt vor Gericht ziehen und das dort regeln. Dann geht das hoffentlich wieder fort. Das Schöne für die Provider ist natürlich bei den Zero-Rating-Angeboten bei Stream und bei Vodafone Pass, dass das für die Kunden super attraktiv ist. Für den Kunden sieht das ja so aus als, hey, ich kann endlich Netflix und YouTube gucken. Geil, ja? Ja, klar. Natürlich ist es auch, wenn du das einfach so betrachtest, ohne den Hintergrund zu kennen, dann ist das erstmal attraktiv. Das ist keine Frage. Auf jeden Fall. Und damit haben sie halt genau das Geschäft, dass sie die Anbieter von Content und die Kunden so gegeneinander ausspielen und sich da halt auf die Leitung in der Mitte draufsetzen, die sowieso schon bezahlt ist. Ja, und zugleich auch sich als Opfer etablieren können. Wir wollen den Kunden nur einen tollen Zusatzdienst bieten und schaut nur, wie die bösen Verbraucherschützer knüppeln auf uns ein und irgendjemand beschwert sich darüber und dabei machen wir alles nur zum Wohle des Kunden. Ja, und auch das hat man ja bei dieser Stream-On-Presseveranstaltung da gesehen, die sie da hatten, wo sie sich so hingestellt haben und so erzählt haben, so, Mann, da haben sie einen Praktikanten rausgeholt und haben denen sagen lassen, hey, ihr kennt das sicher auch, hey Kids, ihr kennt das doch sicher aus, auch, dass jeden Monat diese blöde SMS kommt. Hey, du bist gedrosselt. Hey, das passiert jetzt nicht mehr. Das hat er voll cool erzählt, so. Die SMS verschicken sie selbst. Das habt ihr selber euch ausgedacht. Ja? Ja. Pinner. Ja, also ich kenne es ja von mir selbst, also ich besitze einen Stream-On-fähigen Tarif und ich benutze das auch. Ich gucke YouTube in der S-Bahn, ich gucke Netflix in der S-Bahn. Das würde ich mir sonst wirklich überlegen. Ich fühle mich aber jedes Mal schlecht dabei. Aber was willst du denn machen? Also klar, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich sage, ich habe jetzt in der S-Bahn Zeit und ich möchte mir jetzt irgendwie die neue Star Trek Discovery angucken, dann mache ich das halt in der S-Bahn, weil es mir egal sein kann, was mein Volumen angeht. Aber dass das keine, dass das einfach nicht richtig ist, dass mir auch, und das Problem an der Sache ist, das ist mir klar, das ist dir klar, das ist Leo klar, aber so dem Durchschnittsmenschen ist das halt nicht klar. Und dann redest du, also der Durchschnittsmensch findet das geil. Also du hörst halt jetzt drüber reden, dass, voll geil, ich kann jetzt YouTube gucken, und dann machen sie das halt auch. Und damit haben sie halt durch jetzt zehn Jahre Datenvolumen verknappen und durch jetzt sowas wie StreamOn und Vodafone Pass, haben sie es halt geschafft, dieses eigentlich quasi unendlich verfügbare, sich nicht verbrauchende Gut von Datenvolumen als etwas Knappes hinzustellen. Das ist nicht knapp. Ja, nochmal, es ist nicht Benzin. Wenn du YouTube geguckt hast, ist deswegen nicht YouTube weniger da. Ja, ja. Ja, du guckst nicht, es löst sich nicht irgendwie auf, irgendwo wird ein Draht ein bisschen warm, das ist alles. Ja, aber davon ist es nicht weg. Das Datenvolumen wird nicht verbraucht. Es fließt irgendwo durch und wird genutzt, ja, aber es ist dann nicht weg. Und ich hoffe, das wird vor Gericht geregelt und dann abgesägt. Und auch schönen Gruß an die Bundesnetzagentur. Jemand hat getwittert so, was habt ihr jemals für uns getan? Ja, so. Musste ich nachdenken und musste dann zum Schluss kommen, ihr habt diese Spionagepuppe Kyla verboten. Das war... Bravo. Das war wirklich... Grandios. Ja. Das war das Einzige. Die hat jetzt auch einen Platz bekommen im Spionagemuseum. Die hat so einen kleinen Glaskasten. Ja. My friend Kyla. Ich hoffe, eine Funk- und schalldichten Glaskasten, dass ich nichts hören kann. Also ich meine, und da kann man ja mal kurz unter Bestrich festhalten, dass die Spionagepuppe Kyla zwar bescheuert, aber kein ernsthaftes Problem war. Stream on, aber ein ernsthaftes Stream on und ähnliche Dienste, aber ein ernsthaftes Problem sind, die in einer ganz anderen Größenordnung sich, glaube ich, auftun. Also diese Kyla-Puppe ist, ja, die gehört zwar verboten, aber auch aus vielen anderen Gründen, als dass sie Spionagefähigkeit hat. Das ist richtig. Naja, und man muss halt, wenn man... Die wollen ihren Umsatz machen, ja? Die Telekom oder von O2 wünschen sich von jedem Kunden so viel Umsatz im Schnitt. Den müssen sie irgendwie erreichen, ja? Dann sagen sie als Argument, wieso das hier nicht so gut geht, wie anderswo möglicherweise, dass der Preisdruck von den Discountern ist zu hoch. Wer bietet denn diesen Discountern die... Infrastruktur an, auf der sie ihre Netze betreiben können. Weiß nicht. Wer mag das sein, das seid ihr selber. Bei O2 fährt im Moment noch mit diesen O2-Free-Tarifen ein leicht anderes Modell. Das wird sich zeigen, ob sie das auch versuchen. Bei O2-Free ist es ja so, dass nach Erreichen deines Datenvolumen-Limits du nicht auf ISDN gedrosselt wirst, sondern auf ein Megabit. Was ein brauchbarer Ding ist, wo du irgendwie nicht... ISDN ist halt so nichts. Ja, ja. Das ist halt weg. Das ist halt tot. ISDN ist einfach wirklich frech. Das ist kein vorhandenes Netz mehr. Also in dem Moment, wo Siri nicht mehr funktioniert, nicht weil Siri schlecht ist, anderes Thema, sondern weil die Daten, die an den Server übertragen werden müssen, nicht mehr durchkommen, kann ich halt nicht mehr davon reden, dass ich noch eine Datenverbindung habe. Also es ist wirklich albern. Das ist halt jetzt die Frage, sieht jetzt O2-Telefoniker, sehen die jetzt auch, hey, wenn Telekom und Vodafone damit durchkommen, dann machen wir das jetzt auch und stellen O2-Free wieder ein. Könnten sie auch machen, wenn das jetzt hier so geregelt werden kann. Man sieht es, in Osteuropa versuchen sie es teilweise, sind damit durchgekommen. In Holland sind sie damit durchgekommen. Und jetzt sind sie hier vorerst mal durchgekommen. Ich hoffe, dass das geregelt wird, denn was wir damit verlieren, ist halt die Möglichkeit, überall zu arbeiten, überall zu wohnen. Was du halt so nicht machen kannst, wenn du nur 10, 15 Gigabyte im besten Fall bekommst. Ja, und dadurch, weißt du, Politiker sagt hier so, ja, hier Breitband voll wichtig und so. Und dann kommt halt heute Söder, sagt 96 Prozent von Bayern sind bald ausgebaut mit schnellem Internets. Ganz im Ernst, Söder braucht, also der ist ja, der ist ja wirklich auf einem Niveau, wenn nicht noch eins drunter, wie Seehofer. Also wirklich, dem braucht der wirklich keinen Mensch ernst nehmen. Und diese Definition von schnelles Internets in Bayern ist halt wahrscheinlich 50-10. Und das ist halt nicht schnell. Und das ist halt am Festnetz und auf dem Kupfer. Und es, weißt du, Telekom baut jetzt in Berlin 5G-Testnetz auf und so weiter. Ihr habt ja dann 5G aufgebaut und wollt uns weiterhin 2,5 Gigabyte im Monat verkaufen. Wahrscheinlich. Das ist wirklich albern. Also ich meine, aber das Problem hatten wir schon, als LTE fresh war. Wo du halt irgendwie in 30 Sekunden dein komplettes Volumen durch LTE durchsaugen konntest. Ja, es ist völliger Unsinn. Und ich sehe auch, dass das noch weiter so läuft. Also ich meine, warum sollten sie dieses, das ist ja, weißt du, sie können, sie haben da diese virtuelle Währung, die da Datenvolumen heißt, die sie nach beliebigen Gutdünken mit Geld gegenwiegen können. Und dann sagen sie dir halt, ja, wenn du 6 Gigabyte willst, zahlst du halt irgendwie 50 Euro im Monat. Und wenn du 7, 8 Gigabyte willst, keine Ahnung, zahlst du halt 80 Euro im Monat. Wenn du 10 Gigabyte willst, zahlst du halt 100 Euro im Monat. Und wenn ich das halt ernsthaft brauche, also, weißt du, ich verbrauche 6 Gigabyte. Ich brauche die nicht unbedingt. Weißt du, wenn es nicht anders geht, brauche ich die nicht unbedingt. Also irgendwie halt schon, aber ich bin nicht darauf angewiesen. Wenn ich gedrosselt bin, nervt mich das wie Schwein, aber ich kann damit leben. Aber angenommen, ich bin da wirklich darauf angewiesen, aus irgendwelchen geschäftlichen Gründen, oder weiß ich nicht, welche Use Case auch immer, dann muss ich das bezahlen. Dann muss ich den 100 Euro im Monat hinlegen, dafür, dass ich lächerliche 10 Gigabyte bekomme. O2 verkauft zum Beispiel einen DSL-Anschluss, der zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders billig ist und besonders monatlich kündbar. Der hat aber als Limitierung 300 Gigabyte. Und dann steht im Kleingedruckten, ist kein Problem 300 Gigabyte im Monat, weil der durchschnittliche DSL-Anschluss, der saugt so 10, 20 oder sowas. So, wie viel braucht jetzt nur Bits und so? Nicht irgendwie Recherche und irgendwie Zeugen, nicht Netflix gucken, sondern nur Bits und so produzieren und hochladen. Braucht 160 Gig im Monat. Einfach nur so, weg. Sind wir ehrlich, der durchschnittliche DSL-Kunde produziert natürlich kein Bits und so. So fair müssen wir sein. Und ich kenne genug Haushalte, da reicht es lange. Die kommen mit 10 Gigabyte zu Hause zurecht. Und für die ist es wahrscheinlich voll super. Aber auch ansonsten, wenn ich jetzt noch Netflix und Zeug dazunehme, die Fritzbox sagt mir, dass ich im Monat, selbst mit dem gestörten Anschluss hier, im Monat immer über ein Terabyte bin. Und ja, kein Quatsch, kein Betreuung, kein gar nichts. Sondern einfach nur arbeiten. Ja, arbeiten und aber auch natürlich einfach alles, was an Streamingdiensten da ist. Und das ist einfach sowieso dort der Punkt, an den die Reise geht. Und zwar auch auf breiter Ebene. Also ich meine, das abzusägen. Und das Perfide ist ja, dass natürlich da, ich meine, in Deutschland vielleicht einen Tick weniger als in den USA. Aber die Breitbandanbieter und Inhalteanbieter sich da ja an einem gewissen Punkt verschmelzen. Und das heißt, du hast da den alten Kabelanbieter, der halt jetzt auch dein Internetanbieter ist und der dir früher das Fernsehen geliefert hat und jetzt halt auch das Internet. Und wenn sich so in den USA halt das klassische Kabelpaket halt auflöst, weil die Leute halt lieber sich im Internet das zusammenbuchen, was sie dann halt schauen wollen, dann kommt halt am Schluss wieder der Internetanbieter, der der alte Kabelanbieter ist und sagt, viele Gigabyte, viele Gigabyte im Monat, müssen wir mal die Preise hochsetzen, damit halt ja am Schluss zahlst du wieder genauso viel wie für dein Kabelpaket früher, bloß anders verteilt als vorher. Also ich meine, diese Stellschrauben bestehen ja einfach und die bestehen in Deutschland ja bis zum gewissen, sind ja auch vorhanden. Also das heißt, die Telekom kann da ja auch entsprechend nachjustieren und diese Ansätze dazu sagen, die ja in den letzten Jahren erst gekommen sind, bei DSL war ja zumindest auf dem Papier ursprünglich, ist tatsächlich unlimitiert und dann so schrittweise kam so, ja, ach, wir schreiben mal irgendetwas rein, dass es limitiert ist. Wird natürlich nicht umgesetzt, aber steht halt mal im Vertrag. Ja, okay, also ich meine, all diese Sachen sind ja erst schrittweise eingeführt worden in den letzten Jahren und ich meine, was war bei der Telekom lange Zeit, waren es glaube ich so 200 Gigabyte im Monat, wann kann das sein? Ich glaube, sie haben es nie wirklich umgesetzt. Ja, sie haben es nicht umgesetzt, aber es war halt mal eine Zeit lang zumindest vorhanden in den Verträgen. Ich glaube, sie haben es nur versucht und dann, ich glaube, bei der Telekom hat man es glaube ich gemerkt, bevor es losging, bei Vodafone stand ja lange diese BitTorrent-Dingsbums drin, wenn du mehr als 20 Gig am Tag BitTorrent oder so, dann drosseln sie dir nur BitTorrent runter oder sowas. Ja, und das haben sie inzwischen aber auch gestrichen. Ja, ich meine, da ist wahrscheinlich auf dem DSL-Markt immer noch genug, war immer noch genug Alternativen da, dass sich Kunden tatsächlich auch entscheiden konnten, weil im Mobilfunkmarkt hast du ja praktisch keine Alternative mehr. Es gibt ja keinen einzelnen Anbieter, der sagt, hier hast du deinen 50 Gigabyte im Monat Paket. Ja, komm halt zu uns und zahl halt 50 Euro für 50 Gigabyte oder was auch immer. Du wechselst ja, ich meine, du kannst ja praktisch zwischen Telekom und Vodafone hin und her wechseln und hast mehr oder weniger dieselben Tarife mit denselben Paketen mit verschiedenen Sonderoptionen und O2-Telefonica ist natürlich vom Netz her dann eine andere Frage. Da hast du vielleicht nochmal andere Angebote, aber die unterscheiden sich auch nicht so grandios von dem, was halt Vodafone und Telekom bieten, abgesehen von der Frage, wie halt das Netz dann jeweils ist vor Ort. Also das, ja, da ist natürlich kein, der Markt kann es nicht groß regeln, weil du hast als Kunde hast du keine große Wahl, außer zu sagen, du kannst halt das machen, was ich mache und sagen, ich steige halt, also ich reduziere meine monatliche Mobilfunkrechnung auf, ja, auf irgendwie vielleicht 10 Euro oder unter Umständen auf praktisch null, aber benutze dafür auch sehr limitiertes halt nur noch unterwegs. Also benutze es halt tatsächlich nur noch für die wichtigsten Sachen und beschränke mich halt auf, keine Ahnung, auf ein Gigabyte oder zwei Gigabyte, was einfach nicht viel ist. Da war auch gerade in den USA eine lustige Diskussion so rund um die SIM-Karte von der Apple Watch. Ja, natürlich, die muss schon was kosten, weil das ist ja eine eigene Nummer und das ist irgendwie, das belegt ja Kapazität im Netz. Wer einen Scheißdreck tut, eine SIM-Karte im Netz, die macht gar nichts, die liegt da rum, die wird einmal in der Stunde gefragt, lebst du noch? Ja, bin noch da, danke, auf Wiedersehen. Das ist einfach null irgendwie technischer Aufwand, die funkt ja nicht den ganzen Zeit. Ja, der Witz ist doch, dass du doch unterm Strich, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt bei ATP war oder bei irgendeinem von den großen US-Podcasts wurde das nochmal durchgekaut, dass das nämlich unterm Strich war, dann auf der Rechnung kostet das nicht 10 Dollar, sondern das waren dann irgendwie 17 Dollar mit irgendwelchen Servicegebühren und Steuern und allem Kram, der halt noch so draufkommt, offensichtlich gang und gäbe ist. Und 17 Dollar dafür, dass du deine Apple Watch ins Mobilfunknetz hängen kannst, ist einfach völlig absurd. Das ist einfach lächerlich, pro Monat, pro Monat. Ja, 17 pro Monat ist super, weil du zahlst noch eine Gebühr dafür, dass du mit der Apple Watch 911 anrufen kannst und zahlst eine Gebühr für irgendwie Blödsinn. Und was da auch noch spannend ist, könnte man argumentieren und sagen, das ist gar nicht teuer, 17 Dollar, weil die Apple Watch SIM in den USA, die kriegst du getrennt vom Mobilfunkvertrag. Du musst nicht deinen Smartphone-Vertrag mit dem Apple Watch-Vertrag koppeln, wie bei der Telekom. Dann kannst du auch sagen, Telekom möchte nur 5 Euro Aufpreis für die Multi-SIM in der Apple Watch. Dafür ist dein Vertrag aber viel teurer, als wenn du eine Discounter-SIM hättest. Ja, also insofern, du zahlst auf jeden Fall für die Apple Watch ordentlich drauf. Nun gut, wollen wir mal sehen, was bei den Zero-Rating-Angeboten rumkommt und ob das mit Breitband in Deutschland irgendwie vorwärts geht. Ja, also insofern, du zahlst auf jeden Fall für die Apple Watch-Vertrag.